Hallo, herzlich willkommen zur zweiten gemischten Tüte, denn heute habe ich wieder ein paar Entdeckungen und Neuigkeiten und ja, lauter Dinge, die mir gut gefallen haben für euch. Vor knappen zwei, zweieinhalb Wochen habe ich das erste gemischte Tüte-Video für euch gemacht und veröffentlicht und ich habe echt gebibbert, ob das gut bei euch ankommt und ob ihr da Spaß dran habt. Und mir sind mehrere Gebirge vom Herzen gefallen, dass das so ist, weil ich so viel Spaß dabei hatte, dieses erste Video vorzubereiten und zu machen und natürlich gehofft habe, dass ich ein zweites davon machen kann, ohne euch zu langweilen. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass das der Fall ist. Falls ihr jetzt das erste Video noch nicht kennt, dann verlinke ich es euch über die Infokarte, es ist ja noch relativ neu und aktuell. Und natürlich möchte ich euch nochmal einmal kurz zusammenfassen, worum es in diesem Format geht, weil vielleicht ja dieses zweite Video das erste ist, was ihr jetzt seht. Die gemischte Tüte, die ist gedacht als ein Format, in dem ich so ein bisschen Neuigkeiten, Neuerscheinungen, Aktionen und alles Mögliche, was irgendwie für den Kreativbereich, aber auch an einigen Stellen darüber hinaus interessant sein könnte, vorstelle. Das heißt, ich persönlich gucke, was mir über den Weg läuft, was mir gefällt, suche Tipps und Tricks für euch raus. Das kann aus den verschiedensten Bereichen sein und da möchte ich euch dann eben quasi gut konsumierbar servieren, was mich so beschäftigt hat und was mir so begegnet ist, damit ihr euch ein kleines bisschen Sucharbeit erspart. Denn das ist etwas, was ich immer sehr, sehr schön finde an verschiedensten Arten von Zusammenfassungen, sei es von Kino-Trailern bis hin eben zu irgendwelchen Buchbesprechungen, dass man einfach so diesen kleinen Überblick hat und sich nicht durch alles, was es so gibt, alleine durchwühlen muss. Ja, und genau deswegen starten wir jetzt mit dem ersten Thema und da hat sich, glaube ich, letztes Mal bewährt, dass ich das Ganze ein bisschen gegliedert habe und deswegen nehmen wir uns wieder vor, was im Bereich Zeitschriften und Bücher, also so beim Printbereich, die Dinge sind, die mir so über den Weg gelaufen sind. Ja, das Erste, was ich euch da vorstellen möchte, das ist eine Neuerscheinung, nämlich die Burda Style Nummer 6 für dieses Jahr. Burda Style ist ja so der absolute Klassiker unter den Nähzeitschriften und ich habe euch schon mal einen Überblick über Nähzeitschriften im Allgemeinen gegeben. Das war so quasi aus dem deutschen Supermarkt bis in die Bahnhofsbuchhandlung, wo es dann auch die etwas spezielleren Varianten gibt. Und die Burda Style ist so, ich würde sagen, der absolute Klassiker unter den Nähzeitschriften. Tatsächlich habe ich schon Burda durchgeguckt, als ich noch nicht mal eine eigene Nähmaschine hatte und ich habe einige davon sogar noch. Trotz allem sind Burda und ich nicht so absolut kompatibel. Das heißt, in den seltensten Fällen nähe ich etwas aus der Burda, was daran liegt, dass für mich die Passform immer mit sehr, sehr, sehr vielen Änderungen verbunden ist. Und ja, ich mich dementsprechend also häufig den Schnitten zuwende, die etwas praktischer für mich sind, nämlich mit weniger Aufwand und weniger Anpassungen umbesetzbar. Nichtsdestotrotz möchte ich euch aus der Burda Style meine Lieblinge vorstellen, denn es gab ein paar Schnitte, die so beim ersten Durchblättern mir direkt ins Auge gefallen sind. Und zwar ist da einerseits das Shirt 120. Das ist ein Wickeloberteil mit einem relativ weit oben überlappenden Wickeloptikteil. Wie nennt man denn das bloß? Die Vorderteile. Die Vorderteile überlappen relativ weit oben und deswegen finde ich diesen Schnitt interessant. Es ist nicht die klassische Wickeloptik, bei der man eben einen relativ tiefen V-Ausschnitt aus diesen Überlappungen bekommt, sondern es ist so nah oben, dass ich die Hoffnung hege, dass das ein Wickeloberteil ist, bei dem man nicht Sicherheitsstiche setzen muss, damit einem nicht alles oben rausfällt. Das finde ich eine spannende Idee und es sieht genauso wie andere Wickeloberteile eben auch elegant aus, dadurch, dass diese überlappenden Teile da sind. Ja, und ich finde, es ist einfach mal anders als die meisten Wickeloberteile, die wir sonst kennen. Außerdem gibt es ein Kleid, das ich euch gerne zeigen möchte. Und zwar das Kleid 118. Ja, in der Burda Style haben die alle so romantische Nummern, dass man sich das ganz grandios merken kann. Aber ich fand dieses Kleid wunderschön, weil es einerseits eine angedeutete Paperback-Taille hat. Das heißt, der Rock ist also mit so einer Art Rüsche oberhalb angesetzt. Es ist ja kein echter Neckholder, wirkt aber durch die Rundpasse, auf die das Oberteil zuläuft so. Und ich finde es einfach wunderbar umgesetzt in diesem romantischen Baumwollstickstoff, der hier verwendet wurde. Was bei diesem Kleid wichtig zu wissen ist, ist, dass es in langen Größe erschienen ist. Und das bedeutet, es ist für alle diejenigen, die 1,78 Meter groß sind und mit Anpassungen natürlich auch für alle anderen. Bedeutet aber, wenn ihr eben die herkömmlich große Bandbreite an Schnittmustern ohne eine Längenanpassung nähen könnt, dass ihr in diesem Fall dann eine Längenanpassung in Form von Kürzen machen müsst, weil die Langgrößen eben auf 10 Zentimeter größer ausgerichtet sind. Ja, und zu guter Letzt ist in der Burda ja auch immer ein Part, in dem die größeren Größen vertreten sind. Und ja, ich bin mit den größeren Größen immer so ein bisschen kritisch mit der Bezeichnung. Bei Burda geht das ab Größe 44 los und da ist man ziemlich schnell. Also ich würde mal ganz vorsichtig mutmaßen, für den Großteil der Frauen, die nähen, ist dieser kleine Ausschnitt in der Zeitschrift der tatsächlich relevante, weil eben viele Schnitte schon vorher enden. Ich bin normalerweise total kritisch bei diesen Schnittmustern, weil bei den Plus-Size-Schnittmustern in der Burda die Schultern häufig sehr, sehr breit geschnitten sind. Das heißt, der Schulterpunkt liegt bei mir zumindest ungefähr 4 Zentimeter außerhalb des tatsächlichen Bereiches, in dem er sich bewegen sollte. Und das bedeutet, dass ich dann immer eine weite Anpassung im Schulterbereich machen müsste. Das ist einer der Gründe, weswegen ich die Schnitte eben in der Regel nicht nähe. Ich habe jetzt aber einen entdeckt, den ich tatsächlich schön finde. Und zwar, weil auf sehr geschickte Weise dieses Problem umgangen wurde. Es ist nämlich ein Stufenkleid mit einer Art Raglan-Oberteil. Und der Ausschnitt ist gerafft. Das heißt, man hat also durch den Zug Möglichkeit, das zu kontrollieren, dass die Schulter im Zweifelsfalle etwas näher rankommt. Und durch das Raglan-Oberteil hat man eben keinen klassischen Schulterpunkt. Also man hat keinen angesetzten Arm, der dann irgendwo auf den Oberarm rutscht. Und das sorgt dafür, dass ich bei diesem Kleid tatsächlich begeistert bin und eventuell in Erwägung ziehen könnte, mir das für diesen Sommer auch zu nähen. Ja, bei den Zeitschriften war das dieses Mal tatsächlich das Einzige, was mir begegnet ist. Dafür habe ich wieder Bücher entdeckt. Und bei den Büchern bin ich auf dieses hier gestoßen. Das ist Knits for Real People. Und darauf gestoßen bin ich, weil ich von dem Hauptwerk der For Real People Serie sehr begeistert bin. Das Hauptwerk beschäftigt sich mit der Palmer-Pledge-Methode zur Anpassung und ist ein komplettes Anpassungsbuch für alle Fälle. Die weiteren Bücher, die es dann gibt, die beschäftigen sich mit speziellen Themen. In diesem Fall eben mit gestrickten bzw. gewirkten Stoffen. Also denen, die nicht auf dem Webstuhl hergestellt werden und bei denen man irgendwie Maschen erkennen kann. Im Englischen heißen die alle Nits. Bei uns heißt es im Groben zusammengefasst dann Maschenware. Im Wesentlichen dreht es sich also um T-Shirt-Stoffe und um Aktivkleidungsstoffe. Also hier diese ganzen Geschichten in Richtung Lycra, Schwimmbekleidung, Badefutter und alles, was so in dieser Richtung zu wissen ist. Aber eben auch um gröber gestrickte Stoffe. Also tatsächlich eben Feinstrick, Grobstrick, Zopfstrick und was es noch so alles an Strick in der letzten Zeit zu vernähen gibt. Weswegen ich euch dieses Buch hier jetzt zeige ist, weil ich finde, dass im englischsprachigen Raum oder in der englischsprachigen Nähszene immer viele Tipps und Tricks unterwegs sind, die bei uns irgendwie noch nicht so richtig angekommen sind. Die ich aber total nützlich finde. Blöderweise weiß ich dann immer nicht, wie das Ganze auf Deutsch heißt. Und damit ihr in Zukunft also besser versteht, was ich da erzähle, kauft euch doch mal so ein Buch. Nein, Quatsch. Spaß beiseite. Es geht also darum, dass ich finde, dass es eben immer lohnt, über den Tellerrand hinauszuschauen und mal zu gucken, was eben in anderen Ländern anders gemacht wird. Denn ich denke, dass wir hier mit diesen handwerklichen Hobbys sehr im Bereich der traditionellen deutschen Handwerkskultur orientiert sind. Und die schließt so ein kleines Stück weit aus, dass man zu weit über den Tellerrand guckt. Und manchmal ist es eben durchaus sinnvoll, da zu schauen, wo Leute auf ganz andere Art die Dinge lernen und anders daran herangehen. Und da kann man, finde ich, viel mitnehmen. In diesem Buch dann eben vieles zum Anpassen für Schnitte, für Maschenware und auch zur Verarbeitung dieser Materialien. Besonders gut gefallen hat mir hier übrigens der Part über die Bademoden. Denn das ist etwas, was in vielen anderen Werken hinten überfällt, weil es schon so speziell ist. Und genau das macht eben bei dem Buch, finde ich, die Qualität aus, dass diese ganzen speziellen Materialien mit aufgegriffen werden. Ja, das Letzte, was ich euch aus dem Bereich der gedruckten Entdeckungen mitgebracht habe, ist das Buch Selbstgenäht von Sarah und Laura Hutter. Und das sind die beiden, die hinter dem Label Named stecken. Und ich glaube, unter dem Namen sind sie auch deutlich bekannter. Denn Named hat vor so fünf, sechs Jahren, würde ich sagen, so eine kleine Trendbewegung in der Nähe-Szene in Deutschland gehabt. Denn es waren Schnittmuster, die bei Lillestoff verkauft wurden. Und Lillestoff hatte zu dieser Zeit eben auch so den Punkt, wo ich würde sagen, die Marke so ihr Maximum erreicht hat. Vielleicht bin ich auch einfach nur danach aus dem Thema Lillestoff ausgestiegen. Ich will hier nichts Böses unterstellen. Auf jeden Fall konnte man dort diese Schnittmuster kaufen. Und sie hatten eben den Ruf, besonders kreative Schnitte zu machen. Eher geradlinig. Es ist ein skandinavisches Label. Da ist das, glaube ich, so ganz typisch, diese Art von Design. Aber es hat sich eben sehr von dem, was bei uns so los war, zu der Zeit abgehoben. Also bei uns kamen die ganzen Rüschen- und Boho-Kleider auf. Und bei den beiden hier wurde es eben immer geradliniger und trotz allem spannend. Und genau das bringen auch die Schnitte in dem Buch mit. Und ich möchte euch einerseits natürlich zeigen, was ich aus diesem Buch nähen möchte. Ich möchte euch aber vor allem vorweg noch den Grund nennen, warum ich dieses Buch jetzt, ohne dass ich bisher was daraus genäht habe, hier vorstelle. Und das ist, weil dieses Buch unsere typische deutsche Nähbuch-Größenskala nach oben erweitert. Es geht nämlich nicht bis Größe 44, wie das bei uns häufig so üblich ist, sondern hier geht es von Größe 34 bis Größe 50. Und das heißt, es ist schon mal für viel, viel mehr Leute nähbar nach diesem Buch. Das finde ich ausgesprochen schön. Ja, ich habe mich für mich, für das Schnittmuster Solina entschieden. Und zwar in der Kleidervariante. Es ist in diesem Buch so, dass es so eine Art Baukastenprinzip gibt. Das heißt, basierend auf einem Schnitt gibt es immer verschiedene Varianten. Und bei Solina gäbe es zum Beispiel auch noch die Variante, das Ganze als Jumpsuit zu nähen. Finde ich auch ganz spannend. Aber bei Jumpsuits, ich habe es ja tatsächlich immer noch nicht hingekriegt, mir einen echten Jumpsuit zu nähen. Da finde ich nämlich immer so schwierig, dass man sich auf dem Klo ganz ausziehen muss. Das mag total schön sein, wenn man das zu Hause macht. Da hat man in der Regel auch die Zeit, es sei denn, man kommt in Not nach Hause. Aber wenn ich irgendwo hingehe, und Jumpsuits sind jetzt ja in der Regel dann was, was man eher zum Ausgehen anzieht, dann möchte ich halt mit meinem Oberteil nicht jeden Boden wischen. Aus dem Grund verzichte ich da also drauf und nähe in der Regel Fake-Jumpsuits, bei denen einfach ein Gummizug das Ganze so aussehen lässt, als wäre es einer. Ja, und beim Kleid habe ich das Problem nicht. Das Kleid, ja, das wischt unter Umständen dann anders den Boden, aber da kann man mit gutem Säumen vorbeugen. Und ich habe einen Stoff, aus dem ich dieses Kleid nähen möchte. Das Kleid wird auch nach Anleitung aus einem Kreppstoff genäht. Allerdings ist dieser hier jetzt deutlich weicher fallend. Ich bin übrigens sehr happy, überhaupt genug davon gekriegt zu haben. Ich hoffe, mit den zwei Stücken, die ich da jetzt habe, geht das auf. Ja, und ich hoffe eben, dass es auch trotz dieses etwas anderen Falz und dieses anderen Stoffgewichtes eben hinterher ein schönes Kleid wird und dass ich irgendwann in diesem Frühling und Sommer noch dazu komme, es zu nähen. Ich werde es allerdings auf jeden Fall mit langen Ärmeln nähen, damit ich es notfalls dann auch über die klassische Kleidersaison hinaus in den Herbst gut tragen kann. Ja, kommen wir zum zweiten großen Punkt. Und was ist denn an digitalen Schnittmustern, also den sogenannten Näh-E-Books in der letzten Zeit, so erschienen? Da möchte ich jetzt als erstes mir die Freiheit nehmen, in meinem eigenen Format für mich ein wenig Platz einzufordern, denn ich habe ein Schnittmuster veröffentlicht in der letzten Woche und es geht um das Knotenshirt ONA. Dieses Shirt kann man in verschiedenen Varianten nähen. Es hat in allen Versionen einen relativ hohen Rundhaltsausschnitt und unterscheidet sich dann in den Ärmelabschlüssen und den Säumen. Bei den Ärmeln hat man die Möglichkeit, ein Bündchen anzunähen oder das Ganze zu säumen und bei den Bündchen gibt es auch verschiedene breite Bündchen und am Saum, da gibt es die Varianten Rundersaum, Fokuhilasaum, Saum mit seitlichen Schlitzen und einen Saum mit einem Knotendetail. Genäht werden kann der Schnitt in den Größen 34 bis 54 und verwendet werden dabei leichte Jersey-Stoffe, wobei es auch im Probenähen einige Beispiele aus Baumwoll-Jersey-Stoffen, also den etwas festeren mit etwas mehr Stand, gegeben hat, die gut gesessen haben. Das leicht fließende kommt dem Shirt allerdings deutlich besser entgegen, denn es hat angeschnittene Ärmel und da ist eben ein weicher Stoff der gute Freund, weil man nicht ganz so starke Falten im Bereich der Achsel bekommt. Das zweite, was ich euch im Bereich der digitalen Schnittmuster vorstellen möchte, das ist der Blazer Flax von YuyaZoo und dieser Blazer wird genäht ohne Futter, das heißt also, es ist perfekt für den Sommer. Er ist leicht Oversize geschnitten und er wird zum Beispiel auch aus Sommerstoffen wie Rami oder Leinen genäht. Rami habe ich euch im letzten Gemischte-Tüte-Video schon mal kurz vorgestellt und damit haben wir jetzt hier eigentlich den perfekten Kandidaten und einige haben mir in die Kommentare geschrieben, dass sie es ganz spannend fänden zu sehen, was ich daraus nähe. Ich konnte mich aber jetzt noch nicht ganz dazu durchringen, mir den Schnitt zu kaufen, weil ich befürchte, dass ich es nicht mehr schaffe, innerhalb der richtigen Saison aus diesem Material zu nähen. Allerdings ist es tatsächlich die Art Blazer, die ich sehr, sehr gerne trage, also auch etwas länger geschnitten, ein bisschen so in die Optik von Herrenschnitten hinein und ich habe viele, viele schöne Designbeispiele gesehen. Da ich hier jetzt keine Freigabe habe, irgendwelche Fotos zu nutzen, bitte ich euch, wenn ihr euch den Schnitt angucken möchtet, einfach unten in der Infobox den entsprechenden Link anzuklicken und dann findet ihr da auch alle wichtigen Infos zu diesem Blazer. Der Schnitt Flux ist bei Yusazui in einer Art kleinen Kollektion für den Frühling und den Sommer erschienen und deswegen könnt ihr im Augenblick auf der Website auch noch relativ weit vorne eine Menge andere schöne, spannende Schnitte entdecken und was ich sehr, sehr schön finde, auf dieser Website gibt es immer Empfehlungen, welche Schnitte miteinander kombinierbar sind. Das heißt, es geht also so ein bisschen in diesen Bereich in Outfits zu denken und das finde ich, weil ich ja immer sehr betone, dass es wichtig ist, nicht nur schöne Einzelstücke zu nähen, sondern Dinge, die man hinterher auch gut tragen kann. Einen total tollen Ansatz für einen Online-Shop. Der dritte Punkt, den ich im Bereich der digitalen Schnittmuster habe, der umfasst auch eine Art kleine Kollektion und zwar die Monatskollektion von Seamwork. Ich spreche da deswegen von einer Kollektion, weil Seamwork sich aus dem Seamwork Mac entwickelt hat und in diesem digitalen Magazin sind ursprünglich immer zwei Schnittmuster erschienen, zusammen mit eben einem Magazin, was man sich dann als PDF durchlesen konnte. Inzwischen wurde das Ganze umgestellt. Es ist jetzt mehr eine Näh-Community, in der man sich auf verschiedene Arten vernetzen und supporten kann, aber nichtsdestotrotz erscheinen immer am ersten jeden Monat weiterhin die neuen Schnitte. Das sind diesen Monat direkt vier Stück, beziehungsweise zwei Stück, die aber Variationen bieten. Und es ist einerseits der Wallace Romper, beziehungsweise das Wallace Dress. Es fällt mir total schwer, das mit einem richtigen Begriff zu beschreiben, aber stellt euch einen Herrenbadeanzug vor. Also diese Teile, die eben relativ eng sind, nicht die Borat-Variante. Ich meine die mit angeschnittenem Bein, also so eine Art Tanktop, was mit einer Radlerhose verbunden ist. Das ist die Romper-Variante, ist auch eher als Sportkleidung ausgewiesen. Und ich muss mir ganz ehrlich, also ich tue mich da extrem schwer mit, also selbst diesen Schnitt als Unterwäsche zu verstehen. Aber was ich sehr, sehr cool finde und weswegen er es trotzdem jetzt hier reingeschafft hat, ist die Variante, bei der man dann das Kleid näht. Das ist nämlich ein Kleid dann mit integrierter Radlerhose. Da kommen wir zurück zu dieser Jumpsuit- und Entkleidungsproblematik. Aber es hat den ganz, ganz großen Vorteil, nur für den Fall, dass ihr auch zu der großen Anzahl von Frauen gehören solltet, die Oberschenkel haben, die sich ausgesprochen nahe stehen und die gerne mal aneinander scheuern, wenn ihr Kleider tragt. Es ist Gold wert, wenn man da direkt die Hose eingebaut hat. Und aus dem Grund möchte ich euch auch die Mitgliedschaft bei Themework empfehlen, denn es gibt als Member-Bonus ja eine Art Bund, mit dem man diesen Rock dann als Skort nähen kann, also als einen Rock, bei dem die Hose integriert ist. Ihr kennt das vielleicht so aus dem Tennisbereich, wobei ich glaube, bei diesem Rock, wenn ich das richtig verstanden habe, es ein kompletter Rock mit integrierter Hose ist, während es bei diesen Tennisröckchen auch welche gibt, die vorne Rock und hinten Hose sind. Es ist also nochmal eine Variation, mit der das Schnittmuster für mich dann interessant und tatsächlich auch tragbar wird. Das andere, was da erschienen ist, ist ein Buckethead und eine Bauchtasche. Und das ist bei Themework tatsächlich eher selten, dass dieser Accessoire-Bereich irgendwie bedient wird. Es sind normalerweise eben Bekleidungsschnitte, aber das Konzept des Labels ist von Anfang an gewesen, dass man eine komplette Garderobe aufbauen soll. Und deswegen wird das Ganze eben immer mal wieder ergänzt, um interessante Sachen wie Accessoires oder auch Unterwäsche. Auch bei Themework ist es so, dass ich keine Berechtigung habe, irgendwelche Bilder zu nutzen. Und deswegen müsst ihr auch dafür bitte unten auf den Link in der Infobox gucken. Und ja, da findet ihr dann eben nicht nur die beiden Neuerscheinungen, sondern könnt euch auch direkt von dieser ganzen Themework-Community ein Bild machen. Ja, zu guter Letzt in der Rubrik Digitale Schnittmuster habe ich erstmal eine super Nachricht für euch. Ich habe nämlich Schnittmuster von The Couture rausgesucht, die gerade erschienen sind. Und Kira und ihr Team haben ganz, ganz schnell auf meine Anfrage reagiert und mir die Erlaubnis gegeben, dass ich euch hier jetzt Bilder zeigen darf, obwohl es nicht meine eigenen Schnitte sind. Trotz allem muss ich euch die Hoffnung, dass das jetzt immer so ist, direkt nehmen. Denn ich werde dabei immer darauf achten, dass ich nur Bilder zeige, auf denen ausschließlich die Person, die das Label führt, zu sehen ist, damit ich hier nicht Probleme kriege, dass irgendjemand hinterher dann seine Bilder aus dem Internet entfernt haben möchte. Aus dem Grund wird das möglicherweise eine glückliche Ausnahme sein, dass ich das beim einen oder anderen Label machen kann. Und die glückliche Ausnahme haben wir jetzt also heute. Also für diejenigen, die ungern auf Links klicken, auch wenn ich mich immer sehr, sehr freue, wenn ihr mal so auf so einen Link da unten klickt, dann kommt jetzt eure Gelegenheit, das hier so richtig zu genießen mit den Schnittmustern für die Classic Pants. Das sind drei Hosen, die da erschienen sind und die Bluse Donner. Bei den drei Hosen gibt es die Schnitte Norma, Bella und Mara. Und die unterscheiden sich, obwohl sie alle irgendwie klassische Jeans- und Hosenschnitte sind, in den Details voneinander. Bei Norma haben wir eine relativ gerade Hose. Also sie ist gerade geschnitten ab dem Knie, sieht aber dadurch eben sehr gerade aus. Die hat einen Sattel für eine gute Passform im Po-Bereich und sie ist eben so, würde ich sagen, der absolute Klassiker. Für mich ist das eine Hose, die ich total mit Jeans verbinde vom Schnitt her. Das ist allerdings trotz allem möglich, die auch aus anderen Materialien zu nähen. Und ihr seht sie an Kira in einem tollen Kunstleder. Dann gibt es Bella. Und Bella ist die Hose, die für alle Fans der 70er und 90er Jahre Mode, also quasi für alle Fans der 70er-Mode, die sich in den 90ern wiederholt hat. Denn Bella ist eine Bootcut-Hose oder auch Bootcut-Jeans. Da fällt es mir jetzt noch schwerer, nicht das Jeans direkt dran zu hängen. Das heißt, es ist eine Hose, die ab dem Knie weiter wird und in so eine Schlagform geht. Sie ist allerdings nicht ganz so glockenartig geschnitten, wie das in den 90ern üblich war. Trotz allem freue ich mich sehr, dass diese Form der Hose zurückkommt. Nicht nur, weil man nicht mehr mit der Ferse im Hosensaum hängen bleibt, sondern auch, weil ich finde, dass es einfach eine total schöne Form ist, um das mit allerlei engeren Oberteilen zu kombinieren. Man hat ja meistens so diesen Glaubenssatz, man darf nur oben, eng und unten weit oder genau andersrum tragen. Falls das bei euch auch so ist, dann sind vielleicht für euch auch die Rückkehr von Bootcut- und Schlaghosen genau das Richtige. Und ja, falls ihr das schon erfolgreich überwunden habt, dann freut euch einfach, dass die Schnitte insgesamt schön sind. Ja, und mit der Schlaghose sind wir dann auch schon bei Mara. Mara ist nämlich die Formhose, bei der das Bein direkt ab der Hüfte oder ab dem Po weiter wird. Das heißt also auch eine Schlaghose oder eine nach unten ausgestellte Hose, die aber die Körperform nicht ganz so stark nachzeichnet, wie das die Bella macht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich alle diese Hosenformen dringend in meinem Kleiderschrank brauche und ich versuche im Hinterkopf die ganze Zeit schon mitzurechnen, woher ich diese Nähzeit nehme. Glücklicherweise habe ich noch ein paar Jeansstoffe. Ja, und wenn ihr dann eben das passende Oberteil dazu sucht, dann gibt es die Bluse Donner. Und das ist ein, finde ich, sehr, sehr raffiniert gelöster Schnitt, denn es sind so eine Art Fledermausärmel, aber es gibt einen Einsatz, der den Stoff dann so leicht im Zaum hält. Denn dieser weite Fledermausbereich wird an diese, ich sage mal, Passe drangesetzt und dabei so ein bisschen eingerafft. Dadurch wirkt es eben im Bereich der Brust oder oberhalb der Brust relativ ruhig, weil der Stoff glatt liegt und aufregend wird es dann eben so ein bisschen unterhalb und da wird es so ein bisschen so ein Waller-Waller, aber eben auch kein komplett weiter Schnitt. Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr spannende Zwischenlösung für das Problem, was ich eben angesprochen habe. Denn diese Bluse könnte ich mir tatsächlich sowohl zur Schlagjeans als auch zu einer gerade geschnittenen oder sogar einer Slimfit-Jeans super vorstellen. Ja, so viele Neuerscheinungen also jetzt im Bereich der digitalen Schnittmuster und sicherlich war das alles noch nicht vollständig. Es sind eben einfach nur die Sachen, die mir besonders aufgefallen sind und die sich bei mir besonders eingeprägt haben. Ich habe aber auch andere Dinge entdeckt, nämlich unter anderem einen Online-Shop, den ich sehr, sehr spannend finde. Den habe ich zusammen entdeckt mit einem anderen Online-Shop, weswegen ich euch jetzt hier so ein bisschen die Geschichte erzählen möchte, wie das kam. Denn ich habe offenbar relativ unbewusst im letzten Monat an einem Gewinnspiel teilgenommen. Irgendwo auf Instagram wahrscheinlich habe ich was in der Story geteilt, wo ich einfach gedacht habe, ach Mensch, vielleicht ist das ja ganz cool, wenn da jemand bei mitmachen kann. Ja, mit diesen Teilen habe ich also etwas gewonnen. Und zwar einen Gutschein für einen Stoff-Online-Shop und Ohrringe. Nicht die, die ich gerade trage, aber die, die ich euch gleich zeigen werde. Dieser Stoff-Shop ist mir also dadurch, durch das ich eine Benachrichtigung bekam, dass ich gewonnen habe, erst so richtig bewusst geworden. Und dann habe ich ihn mir genauer angeguckt und ärgere mich ein bisschen, dass ich den nicht früher kannte. Es geht um Siebenblau. Der Shop kommt, glaube ich, aus Berlin und die haben nachhaltige Stoffe. Und zwar so richtig nachhaltige. Das heißt, ihr findet da auch Materialien wie zum Beispiel Jeansstoff auf Hanfbasis, Leinen-Jerseys und ich glaube auch Hanf-Jerseys. Also alle diese nachhaltigen Naturfasern, auch zertifizierte Baumwolle, aber eben auch die ganzen Alternativen, die es zur Baumwolle so gibt. Und ich fand es unglaublich spannend zu gucken, was es da alles gibt. Ich kenne jetzt die Shop-Betreiber nicht, aber das müssen Leute sein, die wirklich richtig, richtig tief Einblick in diese Szene haben. Denn das sind Stoffe, die mir zum Beispiel auf der H&H überhaupt nicht begegnet sind. Also wirklich was, wo man in der Regel furchtbar nach suchen muss. Und es sieht eben auch so in der Gesamtkombination dessen, was sie an Stoffen haben, danach aus, dass ihr wirklich alles, was ihr für ein komplettes Outfit braucht, dort findet. Das finde ich ein geniales Shop-Konzept. Und deswegen möchte ich euch quasi dazu auffordern, da einfach mal hinzuklicken und es euch anzugucken. Und gleichzeitig habe ich eben mit diesem Gewinnspiel nicht nur diesen Gutschein gewonnen, sondern auch ein paar Ohrringe. Und zwar von ebenfalls einem nachhaltig orientierten Online-Shop, Globo Fairtrade, auch ein Shop, der eben auf Nachhaltiges spezialisiert ist. Und unter anderem bietet er Schmuck der Marke Eden an. Von dieser Marke sind die Ohrringe, die ich gewonnen habe. Die sind aus Silber, sind aber dann vergoldet mit fair abgebautem Gold. Das heißt also, bei dem Shop ist zum Beispiel auch ein Augenmerk darauf, dass nicht alles Gold glänzt. Aha, ich liebe solche Wortspiele. Ja, es gibt eben Gold, was unter ziemlich beschissenen Bedingungen abgebaut wird. Es gibt in dem Bereich alle möglichen, ja eigentlich alles, was irgendwie scheiße laufen kann zwischen Menschen, kann man irgendwo in dieser Geschichte vom Gold aus der Mine bis zum Schmuck nachvollziehen oder eben auch häufig nicht. In diesem Fall hier kann man eben nachvollziehen, was gut gelaufen ist. Und die Ohrringe, die muss ich euch jetzt auch einmal zeigen, die sind nachempfunden nach präkolumbischen Schmuckstücken, die in Kolumbien in Museen ausgestellt werden, sind eben auch zertifiziert als offizielle Repliken dieser Schmuckstücke. Und das fand ich einfach nochmal eine spannende Geschichte somit dazu. Tatsächlich finde ich sie auch einfach schön ohne die Geschichte. Und die Bedeutung dieses Motivs ist Familie. Geht ja irgendwie immer als Bedeutung, ne? Vielleicht, weil wir gerade Muttertag hatten. Naja, wie dem auch sei, ich möchte euch also auch empfehlen, diesen Shop einfach mal zu besuchen und euch besonders diesen Schmuck anzugucken, denn den finde ich echt genial. Eine weitere Entdeckung habe ich aus dem Bereich Plotten, denn Cricket hat in der letzten Woche die neuen Pressen veröffentlicht. Ihr könnt also jetzt die EasyPress 3 und die MiniPress 3, glaube ich, kaufen. Es gibt neu eine Hebelpresse und es gibt die Headpress. Das ist eine Presse, die so geformt ist, dass ihr vorne auf Käppis oder auf Mützen besonders gut was draufpressen könnt. Und als Gegenstück gibt es dann so eine Art Ball, mit dem eben die Mütze gefüttert wird. Das finde ich in dieser Serie tatsächlich die spannendste der Pressen, wobei ich auch sehr, sehr neugierig auf die Hebelpresse wäre, denn ich bin eigentlich, seit ich die EasyPress 2, also die bisherige EasyPress habe, total von diesen Hebelpressen weggekommen, weil ich es viel praktischer fand, Dinge positionieren zu können, ohne mir die Finger zu verbrennen. Und das ist tatsächlich ein Grund, weswegen ich diese Presse total gerne mal live sehen würde. Falls ihr übrigens Cricket-Produkte live sehen wollt, in der Mall of Berlin in Berlin gibt es ein Cricket-Studio, in dem ihr euch also auch die Plotter und alle anderen Produkte gut angucken könnt und wo es auch regelmäßig irgendwelche Workshops und Aktionen gibt. Ich bin halt leider nicht häufig in Berlin und habe deswegen bisher keine Gelegenheit gehabt, mir das Ganze anzugucken. Falls ich aber mal in die Nähe komme, werde ich definitiv also diese Chance nutzen, diese Presse mal live zu begutachten. Die letzte Entdeckung, die ich habe, die schließt sich quasi direkt daran an, denn auch das ist etwas bei Cricket Erscheinendes oder vielleicht dann zum Zeitpunkt dieses Videos Erschienenes. Das weiß ich im Augenblick nicht, denn es gab nur eine Ankündigung. Und zwar für eine Kartenmatte für den Cricket Maker. Die Kartenmatte, die gab es bisher für den Cricket Joy. Da hat man die Möglichkeit, eine Klappkarte in eine Art Halterung einzulegen und dann nur die Oberseite zu bearbeiten. Also zum Beispiel eben in die Front dieser Klappkarte ein Motiv reinzuschneiden, was man dann von der Rückseite mit buntem Papier oder irgendwelchen anderen Materialien hinterlegen kann. Bei der Matte, die für den Cricket Maker kommt, ist es so, dass man direkt vier Karten auf einen Schlag bearbeiten kann. Das Grundprinzip ist aber genau das Gleiche. Man hat also auch da die Möglichkeit, eben die zusammengeklappte Karte so zu bearbeiten, dass nur die Oberseite, nur die Vorderseite dann eben geschnitten oder bemalt wird. Und ich finde es gerade für jemanden wie mich, der nicht so versiert im Kartenbasteln ist und das lieber immer in so einer Massenproduktion abarbeitet, eigentlich eine sehr willkommene Aussicht, dass da dann direkt mehrere auf einen Schlag gehen werden. Ja, kommen wir zur nächsten Überschrift, zur nächsten Kategorie, nämlich den Aktionen und Events. Da habe ich euch im letzten Video das eine oder andere vorgestellt und ich habe Feedback bekommen, dass ihr das gut findet, wenn ihr über sowas informiert werdet. Deswegen mache ich das hier jetzt auch wieder, weil es gerade Aktionen und Events gibt. Das ist vielleicht nicht immer so. Was es momentan gibt, ist der Me Made May. Das ist eine Aktion von SoSoBlog, die schon über viele Jahre läuft und es wird im Mai jeden Tag ein Outfit mit selbstgenähter Kleidung gezeigt, zum Beispiel in den Instagram-Stories oder als Foto im Feed. Das geht natürlich einfach auch mit den Entwicklungen dieser App mit. Man kann das Ganze aber auch auf seinem Blog zeigen und ich bin mir ziemlich sicher, auch wenn ihr auf Facebook oder auf YouTube was zeigt, dann wird das andere Me Made May Teilnehmer finden, die sich daran erfreuen können und man kann sich austauschen. Ziel dieser ganzen Geschichte ist eben auch zu zeigen, dass selbstgenähte Kleidung wirklich getragen wird und dass es alltagstauglich ist und es wird im Prinzip dann bei jedem Kleidungsstück dazu einfach nur erwähnt, was es vielleicht für ein Schnitt ist, vielleicht auch schon wie lange man das Ganze hat. Es geht also jetzt nicht darum, im Mai ganz, ganz viel Neues zu nähen und Neues zu tragen, sondern auch sich darauf zu besinnen, was man eben über die letzten Jahre vielleicht sogar schon an Kleidung genäht hat und dem eben einfach mal wieder eine Präsenz zu verschaffen. Auch jetzt im Mai wird es die Handmade Fashion Show geben. Die möchte ich euch auch ans Herz legen. Die hat ein ganz, ganz ähnliches Konzept. Auch da geht es darum, Outfits zu zeigen aus selbstgenähten Stücken und diese zu kombinieren, um sie eben wirklich nutzbar zu machen. Und die Handmade Fashion Show wird ausgestrahlt am 17.05. organisiert ist das Ganze vom Label Pretty Pattern und sie schneidet ein Video zusammen aus den Einsendungen ihrer Models. Diese Models, da gehöre ich übrigens auch zu, haben Bilder eben abgefilmt und Bilder als Fotos eingereicht und es wird dann eben eine Art Lookbook geben, in dem man nochmal was zu den Outfits nachlesen kann. Zum Beispiel, woher kommen die Stoffe und woher kommen die Schnitte? Und es gibt diesen digitalen Catwalk, für den wir eben alle unseren Catwalk auf Supermarktplätzen, in irgendwelchen großen Hallen, vor Tankstellen oder was auch immer es gab. Keine Sorge, das sieht nicht so aus wie Supermarktparkplätze und Tankstellen. Ich plaudere hier aus dem Nähkästchen, wo wir eben unsere Walks gelaufen sind und unsere Outfits gezeigt haben. Ihr könnt da kostenlos ein Ticket für bekommen. Das Ganze findet auf einer Plattform statt, die eben so eine Art geschlossenen Raum bietet. Also man muss sich auf dieser Plattform anmelden und dann kann man sich diese Show angucken. Und ja, moderiert wird es eben von Rabea, also der Gründerin von Pretty Pattern. Außerdem ist im Mai noch eine Aktion, die keine echte Aktion ist, sondern der Mai ist der Mental Health Monat. Das habe ich jetzt mit aufgenommen in diese Reihe, weil es tatsächlich seit einigen Jahren Bemühungen gibt, Handarbeit in den Gesundheitsbereich mit zu integrieren. Diese Bemühungen, die sind mehr so im Bereich der Strickszene und Häkelszene, glaube ich. Ich finde das Konzept an sich aber interessant, weil nachgewiesen ist, dass es eben der Gesundheit gut tut, wenn man etwas Kreatives macht. Und da gehört eben Nähen und Handarbeiten unbedingt mit dazu. Und von daher finde ich, kann man vielleicht diesen Monat zum Anlass nehmen, um so ein bisschen darüber nachzudenken, wie man gesund handarbeiten kann. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass es in unserer Szene die Variante gibt, ungesund zu handarbeiten, wenn man eigentlich nur der Möglichkeit hinterherhächelt, neue Bilder von neuen Stücken zu machen und die ganze Sache irgendwo zu zeigen. Ich glaube, der gesunde Weg wäre wahrscheinlich der, bei dem man ohne Druck einfach ein bisschen entspannen kann. Aber wahrscheinlich sind da Menschen auch unterschiedlich. Und ja, von daher also das einfach nur so als eine kleine Inspiration. Ich finde, es ist übrigens auch ein Thema, zu dem man einfach schön mal weiterlesen kann, um sich darüber zu informieren, was man eigentlich sich mit seinem Hobby Gutes tut. Ja, kommen wir zu meiner Beichte. Ich zeige euch jetzt, was ich gekauft habe. Und es war tatsächlich seit dem letzten Video ein bisschen mehr als das, was ich vor dem letzten Video frisch gekauft hatte. Es hat aber alles irgendwie einen Grund und eine Geschichte und natürlich einen Sinn. Und selbstverständlich war da nichts, was ich einfach nur mitgenommen habe, weil ich es schön fand. Nein, nein, natürlich war da sowas auch dabei. Aber es war immerhin nur eins und es gab einen Kauf. Da muss ich so ein kleines bisschen umnachtet gewesen sein. Ich fange einfach mal an. Ich fange an mit dem Kauf, bei dem ich nicht so ganz da gewesen sein kann. Denn ich habe Garn zum Stricken gekauft. Wolle kann ich hier jetzt nicht sagen, weil es ein Baumwollgemisch ist. Und ja, wer selber strickt, der weiß, nachdem ich jetzt hier vorhin schon immer wieder gesagt habe, dass ich ja wenig Zeit habe, um zu nähen, weiß, wie wahnsinnig eigentlich der Gedanke ist, jetzt ein Strickprojekt anzufangen. Ich muss euch da auch direkt beichten, dass ich immer noch seit drei Jahren an einer Decke stricke, weil ich, da muss ich ähnlich drauf gewesen sein, auf vierer Nadeln eine komplette Decke Krausrechtsstricke. Man ist da sehr, sehr lange mit beschäftigt, selbst wenn man das regelmäßig tut. Ja, jetzt habe ich also die Idee gehabt, ich möchte einen pastellfarbenen Regenbogenverlauf als Strickjacke haben. Der Moment, als ich das letzte Kleidungsstück abgeschlossen habe, was ich gestrickt habe, liegt jetzt acht Jahre zurück und dementsprechend gut bin ich dabei. Erst recht nicht gut bin ich beim Stricken und auch beim Häkeln damit, mich an irgendwelche Anleitungen zu halten und deswegen habe ich jetzt beschlossen, dass ich das Ganze also freischnauze machen werde. Ich werde euch versprochen, wenn dieses Format hier jetzt regelmäßig erscheinen sollte, über meine Pleitenpech- und Pannenmomente mit diesem Projekt auf dem Laufenden halten. Ich bin mir ziemlich sicher, es wird sie geben. Wahrscheinlich ribbel ich hinterher mehr, als ich stricke. Aber der Plan ist also, dass ich irgendwann hoffentlich noch in der pastellfarbenen Saison, also irgendwann in den helleren Monaten, mit dem Projekt fertig bin. Und ja, drückt mir doch einfach die Daumen. Auf jeden Fall finde ich das Garn sehr, sehr schön kuschelig. Das ist von Rico Design übrigens. Und ja, bei mir ist tatsächlich, das muss ich vielleicht jetzt kurz dazu sagen, weil ich weiß, sobald man irgendwelche Polyfasern in Garn mit dabei hat, dann wird man meistens ziemlich auseinandergenommen. Aber bei mir ist es essentiell, dass da keine echte Wolle drin ist, weil ich mit der Haut auf Wolle ganz unangenehm reagiere. Und ich möchte meinen Cardigan hinterher auch tragen und mich nicht nur da drin schütteln und schubbern wie so ein Bär an so einem Baumstamm. Das Zweite, was ich gekauft habe, war Überraschungsstoff. Da war ich jetzt also schon geistig so ein kleines bisschen wieder anwesender. Na, der ist sogar sehr, sehr planmäßig gekauft, denn das sind Stoffe, aus denen ich eine Baby-Autositz-Decke nähen möchte. Keine Sorge, ich bleibe euch hier erhalten. Bei mir wird es keine Mama-Pause geben. Das macht meine Schwester. Ich werde nämlich irgendwann in den nächsten Wochen nochmal Tante werden. Und da ist also angedacht, dass ich diese Decke dann verschenke. Ich kann das hier jetzt so völlig unverblümt sagen, weil meine Schwester selbst beim Aussuchen der Stoffe mit beteiligt war. Es wird also niemand damit überrascht, außer demjenigen, der das Video jetzt eh noch nicht gucken kann. Ja, ich hoffe, der Plan geht auf. Der Plan ist nämlich, dass diese Decke an den Autositz angepasst wird. Das heißt also ein relativ individuelles Teil. Und aus dem, was dann übrig bleibt, werde ich irgendein nettes, süßes Baby-Kleidchen oder sowas nähen oder vielleicht auch zwei. Je nachdem, was ich da dann eben noch für Möglichkeiten habe. Aber auch das seht ihr dann irgendwann demnächst in der Genäht-Kategorie. Nein, ich habe nicht danach aufgehört, Stoffe zu kaufen. Ich habe auch noch einen gekauft, einfach nur, weil ich ihn schön fand. Und zwar diesen Baumwoll-Jacquard. Das ist ein gewebter Baumwollstoff. Der ist schon ein kleines bisschen fester. Ich hatte eigentlich gehofft, er wäre etwas weicher, um den als Bluse vernähen zu können. Vielleicht kann ich das aber trotzdem. Ansonsten stelle ich ihn mir aber auch als Rock sehr, sehr schön vor. Und das ist ein Reststück, was ich mitgenommen habe, weil es mich so angelacht habe. Und zwar bei Stoffe.de, als ich etwas gekauft habe, was planmäßig in den Warenkorb gewandert ist. Nämlich diesen lilanen Stoff, aus dem ich mir einen Blazer nähen möchte. Auch da bin ich noch nicht ganz schlüssig, ob das wirklich so aufgeht, wie ich mir das vorstelle. Allerdings habe ich mir lilane Schuhe gekauft, in genau dem Farbton. Und falls ihr mir auf Instagram folgt, dann kennt ihr das Thema. Ich habe irgendwie immer die passende Klamotte zu den Schuhen und suche dann ganz gezielt nach den Farben. Und hier habe ich gedacht, ist so ein Blazer vielleicht ganz cool. Ja, schauen wir mal, ob es was wird. Schauen wir mal, ob es vielleicht der Flachs wird. Oder vielleicht auch ein anderer Schnitt. Ich habe ja auch aus meinen Winternähplänen immer noch offen, Kylie von Bercouture zu nähen. Ja, was ich noch gekauft habe, sind viele, viele Knöpfe. Die hier stehen jetzt nur symbolisch für die, die ich tatsächlich eingekauft habe. Und zwar, weil nach dem Knotenshirt Ona gerade das Knotenshirt Mama Ona im Probenähen ist. Das ist die Variante für Schwangere und für dann später auch stillende Mütter. Und da gibt es für die, die stillen möchten, eben die Möglichkeit, eine Knopfleiste einzunähen. Und es wäre ja total langweilig, wenn man bei Jersey Shirts nur mit Druckknöpfen arbeiten würde. Deswegen fordere ich meine Probenäherinnen heraus und lasse sie echte Knopflöcher in Viskose-Jersey nähen. Und ich bin mir sicher, die werden das gut machen. Ja, und was ich dann auch noch zum Erstellen und Bearbeiten von Schnittmustern gekauft habe, das ist dieses Kurvenlineal, das ich dafür brauche, dann eben Schnittmuster entsprechend anpassen zu können. Oder um eben auch Schnitte selber zu konstruieren. Da gibt es dann hier auf dieser Kurve einfach verschiedene Bereiche, die für verschiedene Teile am Kleidungsstück sinnvoll sind. Und das hat mir bisher einfach noch gefehlt. Ich hatte da bisher so ein paar andere Kurvenlineale, mit denen ich nicht ganz so glücklich war. Und deswegen ist es jetzt der Klassiker geworden von Prim. Und dann habe ich jetzt dann noch den Moment der allergrößten Schande. Denn ich habe beschlossen, mein schwarzes Buch zum Thema in der gemischten Tüte zu machen. In meinem schwarzen Buch notiere ich mir die Materialeingänge in Metern und die Materialausgänge in Metern, die ich pro Monat so habe. Und ich habe meine Abrechnung für den April gemacht. Und damit mein Plan, insgesamt Materialien abzubauen und mein Stofflager etwas zu verkleinern, aufgeht, habe ich mir gedacht, ich nutze jetzt einfach mal die Chance, mir hier öffentlich Druck aufzubauen und beichte euch, dass ich im vergangenen Monat 42,3 Meter Stoff als Zugänger hatte. Ja, und nur so knappe 7 Meter habe ich demgegenüber vernäht. Ich muss mich also jetzt ordentlich am Riemen reißen. Bisher schwankte das Ganze immer nur so um vielleicht einen halben Meter oder sowas. Da habe ich also ziemlich gut geschafft, das, was ich eingekauft habe, in den Monaten auch immer zu vernähen. Hier sind nicht nur eingekaufte Stoffe mit dabei, sondern auch Stoffe für Auftragsarbeiten und für Schnittmuster, die ich umsetzen muss. Aber nichtsdestotrotz möchte ich zum letzten Mal eine so riesige Differenz, also von knappen 35 Metern mehr, die reinkommen, hier stehen haben. Ja, gucken wir mal, wie das bis Dezember aussieht. Erinnert mich doch mal dran und fragt mal regelmäßig nach, ob ich es geschafft habe, keinen Stoff zu kaufen. Da würdet ihr mir einen sehr großen Gefallen mit tun. Ja, da sind wir jetzt auch schon bei der letzten Kategorie für heute, nämlich dem Was-war-los-bei-La-Lili-Part. Eins, was los war, habe ich euch schon unauffällig mit in die digitalen Schnittmuster reingeschoben, nämlich mein Knotenshirt, was veröffentlicht wurde. Ich habe aber auch ein bisschen was anderes genäht, was nicht mit dieser Veröffentlichung zu tun hatte. Und ja, Probenähen laufen auch schon wieder. Habe ich eben auch schon mal so einfließen lassen, ist aber nicht das Einzige. Ich möchte euch jetzt also als allererstes mal zeigen, was ich genäht habe. Und das, worauf ich gerade ganz besonders stolz bin, das ist der Hoodie Rudi von Seamwork. Ich bin nicht stolz darauf, weil es jetzt besonders schwer oder herausfordernd wäre, ein Hoodie zu nähen. Auch nicht, weil ich es geschafft habe, ganz viele bunte Farben und Neon mit Weiß zu kombinieren, obwohl ich das grundsätzlich etwas finde, was man sehr schätzen sollte. Nein, ich bin stolz, weil ich ein UFO abgeschlossen habe. Zugeschnitten habe ich diesen Hoodie nämlich vor ziemlich genau einem Jahr. Ich weiß das, weil ich vorab einen Hoodie nach dem gleichen Schnitt für meine Schwester genäht habe zum Geburtstag und die Geburtstage der Schwestern, die bleiben dann so als so mahnende Termine, etwas abzuschließen, auch bei mir im Kopf. Ich habe also mein UFO nach einem Jahr jetzt tragebereit und ja, falls ihr nicht wisst, was ein UFO ist, in diesem Fall fliegt das hier also nicht lustig durch die Gegend, sondern es handelt sich um die unfertigen oder unfinished Objects. Also alles das, was wir irgendwann mal zugeschnitten haben, ein paar Nähte gemacht haben oder ein paar vorbereitende Schritte, was dann in einer Kiste gelandet ist und falls ihr euch interessiert, was ich so in meiner UFO-Kiste liegen habe, kann ich euch jetzt total aktuell empfehlen, das Video vom letzten Jahr, denn es hat sich nichts daran geändert. Die UFOs waren da schon drin, bevor der Pullover zum UFO wurde. Ja, es gibt hier ein Ich-öffne-me-me-UFO-Kiste-Video, das ich euch über die Infocard verlinke. Also falls ihr meine Box of Shame mit angucken möchtet, dann klickt darüber und ansonsten freut euch mit dem, was ich noch genäht habe. Ja, ich habe euch im letzten gemischte Tüte-Video schon einmal einen Rock aus dem Blumenwoll, aus dem Baumwollstoff gezeigt und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch noch andere Projekte daraus zugeschnitten und das, was ich fertiggestellt habe, ist das Kleid Paola nach dem Schnittmuster von La Bavarese. Ja, und das habe ich euch auf Instagram in einem Reel gezeigt, wie es denn aussieht und habe es natürlich inzwischen auch fotografiert. Habe es sogar schon getragen, obwohl das Wetter jetzt eigentlich noch nicht so für Baumwoll geeignet war und es ist ein Schnitt, den ich schon seit letztem Jahr sehr, sehr liebe und den ich euch auch wärmstens ans Herz legen möchte, weil die Schnittmuster bei La Bavarese mit einer bombastisch guten Anleitung daherkommen. Das sind für mich so die Schnitte, wo ich ohne Denken einfach nach Anleitung nähen kann. Also so ein absolutes Entspannungsnähen. Ja, dann habe ich noch etwas genäht, nämlich eine ganze Menge T-Shirts. Eins davon trage ich gerade und zwei liegen hier noch vor mir und zwar habe ich Shirts für mein nächstes Schnittmuster für das Tulpenärmel-T-Shirt Ophelia vorbereitet. Ich habe sie vorbereitet, weil ich die Anleitung mit fotografiert habe und es gibt eben verschiedene Varianten. Ihr seht das hier jetzt gerade ganz gut. Eben, das war alles relativ glatt und hatte einen U-Boot-Ausschnitt. Diese Version hier hat den V-Ausschnitt, den ich heute auch trage, aber etwas andere Ärmel. In allen Fällen sind es Tulpenärmel, aber man kann sie eben mit unterschiedlichen Abschlüssen nähen und aus unterschiedlichen Materialien kann das Ganze ganz unterschiedlich wirken. Ja, und da ist das Probenähen also auch im Augenblick im Gange. Das heißt, ich habe also die Gruppe ausgewählt und die ersten T-Shirts sind im Entstehen und ich bin sehr, sehr gespannt auf die Ergebnisse. Ja, und das hat es hier jetzt reingeschafft, weil ich mich auf Instagram verplappert habe und diesen kleinen Einblick in dieses Shirt deswegen schon mal gewähren musste. Ja, und dann habe ich noch einen Blogbeitrag für euch veröffentlicht. Bei diesem Blogbeitrag geht es um eine Schnittanpassung, die für euch wichtig sein könnte, wenn ihr das Knotenshirt Ona nennen möchtet oder halt auch einfach ein anderes Shirt oder ein Pullover mit angeschnittenem Ärmel. Angeschnittener Ärmel bedeutet immer, dass der Ärmel nicht in eine Naht eingesetzt ist, sondern bis irgendwo auf dem Oberarm hin eben einfach aus dem Oberkörper herausgezogen wird. Und bei diesen Shirts ist es meistens problematisch, wenn man eine größere Oberweite hat oder eine deutlich kleinere Oberweite als ein B-Körbchen. B-Körbchen ist immer ein sehr verschwommenes Referenzmaß, denn da kann man durch ganz viel verschiedene Größenverhältnisse am Körper hinkommen. Es ist aber immer so das, was man sich am besten vorstellen kann. Im Blogbeitrag erkläre ich euch natürlich, wie ihr das Ganze über das Maßnehmen und das Ausrechnen anhand eurer eigenen Maße genauer feststellen könnt. Und dann könnt ihr damit eine Anpassung machen für eine größere Oberweite, nämlich das Full Bust Adjustment oder das Small Bust Adjustment. Das ist jetzt erstmal was, was vielleicht nicht so besonders klingt, weil es eine ganze Menge Anleitungen zu diesen allgemeinen Anpassungen gibt. Was ich allerdings woanders nicht finden konnte bisher, war eine gute Anleitung dazu, wie das eben funktioniert, wenn der Ärmel angeschnitten ist, denn dann hat man nicht den dritten Punkt, den man für diese Anpassung kennen muss, nämlich einen Punkt auf dieser Ärmel Einsetznaht. Da gibt es aber einen Weg, der das trotzdem möglich macht und ich hoffe, dass es vielleicht dem einen oder anderen von euch was hilft. Ja, damit sind wir am Ende der zweiten gemischten Tüte. Das war heute die große für vier Euro, definitiv und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet vielleicht die ein oder andere Inspiration mitnehmen, die ein oder andere Aktion, an der ihr teilnehmen möchtet oder seid einfach auf schöne Schnitte gestoßen, die euch interessieren und wenn dem so war oder vielleicht auch nicht, dann schreibt mir doch gerne einfach in die Kommentare nochmal euer Feedback, eure Fragen, eure Anregungen und auf dem Weg nach da unten, wenn ihr an diesen Buttons vorbeikommt, wo Abonnieren steht, dann klickt den doch direkt und den mit dem Glöckchen auch, dann kriegt ihr nämlich Bescheid, wenn es hier wieder ein Video gibt. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Den Daumen nach oben, den dürft ihr auch drücken und näht was Schönes, bastelt was Schönes, macht was Schönes und informiert mich vielleicht, wenn ihr irgendwas Cooles entdeckt, von dem ihr findet, dass es auch in diesem Format Platz haben sollte. Bis dahin, macht es gut! Bis dahin, 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 bis dahin,